HENRIK, 30-30 zu Hause gegen die Füchse. Die beiden Halbzeiten waren nicht gleich schlecht, oder? Nein, wir haben besonders Riesenprobleme in der ersten Halbzeit. Wir waren natürlich nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Vier Tor hinten, das kann man natürlich schaffen im Spiel. Wir haben gute Leistung in der zweiten Halbzeit gekämpft. Das reicht nur für einen Punkt heute. Wenn wir spielen zu Hause, ist das nicht genug. Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, aber das war besonders die erste Halbzeit. Wir waren ein bisschen problematisch. Und dann war es ein bisschen Showdown hier. Die Zuschauer haben gesagt, das war Hammerspannend zum Schluss. Wie hast du die letzten Minuten erlebt? Ja, genau so. Das war Hammerspannend. Und wir haben offensivere Deckung gemacht. Und da kommt ein bisschen Fehler von Berlin. Und da haben wir schnell gelaufen. Und ein bisschen mehr Glück haben wir auch zwei Punkte gekriegt. Aber das war schwierig heute. Und Berlin ist auch eine gute Mannschaft. Aber das ist natürlich im Kopf. Momentan ist diese erste Halbzeit nicht gut genug. Wir machen noch ein bisschen Ursachenforschung. Klemmt es mehr in der Abwehr oder klemmt es mehr im Angriff? Oh, in der ersten Halbzeit war das natürlich Abwehr. Ich glaube, das war ein Aktientor für Berlin in der ersten Halbzeit. Das war natürlich zu viel. Und das müssen wir korrigieren. Das war besser in der zweiten Halbzeit. Und ja, diese Kleinigkeiten müssen wir die ganze Zeit verbessern. Wir müssen verbessern. Aber wir haben noch ein Spiel am Wochenende. Das geht wieder los. Und dann müssen wir den Kopf vorbereiten für das nächste Spiel. Du sprichst es an. Es geht nach Veszbrem. Ja, genau. Das ist Veszbrem im Wochenende. Und das ist verdammt schwierig. Und deswegen müssen wir morgen in Vorbereitung für dieses Spiel. Und ja, so sieht es momentan aus. Es kommen viele Spiele. Dafür alles Gute. Gute Reise auch nach Ungarn. Vielen Dank, Henrik. Dankeschön. Ebenso.